Hi, mein Name ist Sarah und vor ein paar Wochen habe ich erfahren, dass ich zwei Schwestern habe, von denen ich nichts wusste. Mein ganzes Leben lang dachte ich, ich hätte eine einzige Zwillingsschwester. Wir wurden von unseren Eltern adoptiert, als wir noch Babys waren. Kürzlich fand ich heraus, dass wir in Wirklichkeit Vierlinge waren und es da draußen noch zwei weitere Geschwister gab. Meine Schwester Lara war immer irgendwie ziemlich verkorkst. Sie strebte immer nach dem einfachsten Weg zu bekommen, was sie wollte, auch wenn sie es nicht besonders nett oder gar legal machte. Während unserer Kindheit stahl sie immer Süßigkeiten und kleines Spielzeug aus Geschäften. Ich habe sie nicht verpetzt, weil ich nicht wollte, dass sie in Schwierigkeiten gerät. Aber jetzt wünschte ich mir, ich hätte es getan. Wisst ihr, Lara ist momentan im Gefängnis. Sie hat oft Mist gebaut. Wenn ich meinen Eltern von ihrem Verhalten erzählt hätte, hätten sie vielleicht zu Rest reisen können. Ich habe Mode schon immer geliebt und in der Highschool beschlossen, dass ich davon leben wollte. Nach meinem Collegeabschluss begann ich als Designerin zu arbeiten und bald darauf gründete ich ein kleines Unternehmen, um meine eigenen Outfits zu verkaufen. Zum Glück war es von Anfang an ein großer Erfolg und bald konnte ich mehr Geld in das Unternehmen investieren. Mittlerweile habe ich mehrere Geschäfte und sogar bei mehreren Modenschauern war ich zu sehen. Ich besuche Lara nicht im Gefängnis, aber ich gebe mein Bestes, ihr zu helfen. Ich bezahle für ihren Anwalt und werde versuchen, ihr einen guten Job zu besorgen, wenn sie rauskommt. Und sie verspricht, das Leben in Ordnung zu bringen. Ich bin enttäuscht von ihr, aber sie ist immer noch meine Schwester. Vor ein paar Wochen dachte ich, dass sie meine einzige Schwester ist. An dem Tag, der mein Leben völlig veränderte, eilte ich zu einem Meeting und bin zu schnell gefahren. Als ein Polizeiauto kam, das mir signalisierte, anzuhalten, wurde mir klar, dass ich einen Strafzettel bekommen würde. Ich wusste, dass ich etwas falsch gemacht hatte, also sträubte ich mich nicht. Als die beiden Polizisten auf mich zukamen und nach meinen Papieren fragten, informierten sie mich, was ich in der Tat zu schnell gefahren war. Ich entschuldigte mich, drehte mich zu ihnen um und war fassungslos, wie ähnlich eine der Polizistinnen mir sah. Es war, als würde ich in den Spiegel schauen. Ich war so verwirrt, aber da wusste ich, gemeinsam mit meiner anderen Schwester adoptiert worden war, war es nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht noch ein weiteres verlorenes Geschwisterchen da draußen hatte. Ich war fasziniert von dieser zufälligen Begegnung und kam ins Gespräch. Die Polizisten, die sich als Hannah vorstellte, beschloss sich mir, keinen Strafzettel zu geben. Stattdessen verabredeten wir uns am nächsten Tag zum Mittagessen. Offensichtlich waren wir beide neugierig darauf, auf unsere Gemeinsamkeiten. Wir hatten sogar ähnliche Namen, genau wie Laura und ich. Wir trafen uns am nächsten Tag und waren noch verblüffter darüber, wie viele andere Dinge wir gemeinsam hatten. Ich erzählte ihr, dass ich adoptiert worden war und eine Zwillingsschwester hatte, die eine Versagerin war. Sie war im Gefängnis. Hannah sagte, sie sei nicht adoptiert worden oder zumindest nicht, dass sie wüsste. Aber sie hatte auch eine Zwillingsschwester. Sie war auch eine Versagerin, hatte aber keinen Ärger mit dem Gesetz. Stattdessen war sie obdachlos. Ihr Name war Anna. Hannah hatte in der Vergangenheit oft versucht, ihrer Schwester zu helfen, aber Anna war eine komplizierte junge Frau. Hannah begann, an ihrer wahren Identität zu zweifeln. Es ergab für sie keinen Sinn, dass wir sie aus einem Guss aussahen und überhaupt nicht verwandt sein sollten. Vielleicht waren ihre Eltern auch meine oder vielleicht waren wir vier von verschiedenen Familien adoptiert worden. Wir wollten die Wahrheit herausfinden. Also beschlossen wir, unsere Eltern zu besuchen und danach zu fragen. Als sie mich sahen, hielten sie mich für Anna, waren aber schockiert darüber, wie gut ich aussah. Ich erklärte ihnen, dass ich nicht ihre Tochter sei und wir erzählten ihnen, wie wir uns kennengelernt hatten. Widerwillig gaben sie vor, Hannah schließlich zu, dass sie adoptiert worden war. Offenbar hatte unsere leibliche Mutter uns alle vier zur Welt gebracht, konnte uns aber nicht aufziehen. Sie war sehr jung und kam in einem einkommensschwachen Umfeld zur Welt. Deshalb hatten sie beschlossen, uns zur Adoption freizugeben. Leider wurden wir getrennt und zwei verschiedene Familien nahmen uns auf. Wir konnten nicht glauben, dass wir uns in so einer großen Stadt getroffen hatten. Es fühlte sich wirklich wie Schicksal an. Hannah und ich versprachen, am Leben des anderen teilzuhaben. Wir wollten all die verlorene Zeit wieder aufholen. Wir beschlossen, dass Lara davon etwas zu erzählen, wenn sie aus dem Gefängnis kommt. Sie hat noch ein Jahr vor sich und dann hoffen wir, dass wir sie überzeugen können, ihren Leben danach umzukrempeln. Wir suchen auch nach Anna, damit wir versuchen können, einen Weg zu finden, sie von der Straße zu holen. Ich habe versprochen, ihr eine gute Arbeit zu besorgen, damit sie wieder auf den rechten Weg findet. Vielleicht können wir wirklich eine Familie werden und am Ende das Leben des anderen teilhaben. Hannah und ich haben so viele Gemeinsamkeiten. Es ist verrückt. Wir treffen uns zweimal pro Woche und verstehen uns erstaunlich gut. Am liebsten wäre ich auf ihrer Seite aufgewachsen und ich fange jetzt schon an, sie zu lieb zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir vier nach dieser Begegnung ein besseres Leben führen können. Hannah und mir geht es gut, aber wir sind nicht glücklich darüber, dass unsere Geschwister leiden. Es ist erstaunlich, wie sich unser Leben nach einem einzigen Nachmittag so sehr verändert hat. Wir haben beschlossen, auch nach unserer leiblichen Familie zu suchen. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und andere Videos anzuschauen.